Willkommen Leute, wir sind gerade noch dabei, kleine Mini-Aufgaben zu erledigen, um hier im Turm des Himmels zu bestehen. Schön, dass ihr es wieder eingeschaltet habt. Und jetzt, äh, ja, okay, wartet mal, eigentlich müsste ich ja nichts verschieben, um in den, ups, nein, um in den Schlüsselraum zu kommen. Wie gesagt, ich denke, hier ist ein Schlüssel drin, dafür müsste ich eigentlich bloß, ja, geradeaus gehen. Das mache ich, glaube ich, auch erstmal, bevor ich wieder, äh, verschiebe. Aber, wartet, ich könnte, ich muss ja nicht unbedingt, achso, achso, ja, doch. Äh, also ich werde natürlich jetzt auch cool, ähm, das so zu machen, wie ich das eigentlich vorhatte. Ach, was ja irgendwie auch nicht geht. Oh Gott. Äh, ich habe irgendwie Angst, dass ich hier alle so ein bisschen ver, 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 verballer hier, das ist nie so geil. Aber ich könnte mal gucken, vielleicht komme ich ja schon zu dem roten Ding. Äh, so, okay, gut, genau, dass ich hier reingehe, Schlüssel hole für das Ding, und dann hier das rote hole. Ja, auch vielleicht erstmal so. Wow, dumm, bumm. So, sehr schön, alles klar. Oh, eine Fee. Her damit, her damit. Wieso, fliegt die denn, wo will die denn hin? Was zur Hölle? Oh, fliegt die nach oben? Da, wo ich sie nicht kriegen kann. So, komm her. Alles klar. So, was nehmen wir da? Ach, werden wir halt gleich sehen. Was für ein Gebiet jetzt kommt. Oder welcher, welche Tempelhommage. Ne? Oh mein Gott. Oh nein, stimmt ja. Es gab ja nochmal den Wii-Kampf. Den Wii-Boss-Kampf hier. Richtig dumm. So. Hey, du Sau. Mann, ich hab gerade ausgeholt. So. Ja, Leute, man muss den echt nochmal besiegen. Elektro-Schwert hier. Aber das ist jetzt mal gegen Piraten. Das ist ein König. Oh. Aber das ist total einfach. Irgendwann blockt er ab. Ich muss einfach bloß stechen. Ich steche ihn einfach nur in der Zeit. Und jetzt abblocken. Okay, wie ist denn? Kein Damage gekriegt. Und? Hey! Ich hab gesagt. Und? So, und? Yeah. Oh, oh. Stechlegen, Alter. Oh. Und, Achtung. Ne, ne, so nicht. Wenn ich mir schon so lange Zeit gebe, holst du mir nicht aus. Na klar. So. Mach mal einfach weiter so das Spiel. Nein, du holst ja nicht aus. Du holst ja eine Strauss hier. So. Einfach stechen. Achtung. Und? Nein. Achso, wow, wow. Au. Sag mal. Oder Sack. Nein, nein. So. So, wieder schön dreimal. Wir werden einfach nach vorne schieben, ey. Jetzt kommt ja der Spaß noch mal. Oh Gott. Hat eigentlich überhaupt nichts zum Ablocken. So. Wow. Alter. Oh Gott. Wow. So. Komm her. Aua. Tja. Hat er wohl sich den Falschen ausgesucht, Mann. Okay. Sehr gut. Ach stimmt, das war ja der. Ja, einfach so nochmal so der Zwischenboss. Warum nicht, ne? Aber, naja. Auch wieder so ein bisschen Boss-Recycling. Aber, naja, was soll's. An sich war ja auch eine Kul designt und so. Ja, bloß besiegen ist halt irgendwie übelst lame. Ablocken, zuschlagen, ablocken, zuschlagen. Ja. Und es ist der kleine Key. Der Schlüssel-Key. Okay, gut. Den brauchen wir für das andere Fragment. Letztlich eventuell trotzdem bei einem Fragment. Mal gucken. Jedenfalls ist der Raum so einer. Oh Gott. Wenn ihr mal schaut. Ähm, genau. Ich laufe jetzt hier einfach lang und dann bin ich hierbei. Oh, der ist halt irgendwo da hinten. Äh, könnte sein, dass jetzt auch noch eine große Quest kommt oder sowas. Aber, naja. So, wenn ich jetzt genau in der Mitte bin, dann kann ich ja eigentlich gut verschieben. Obwohl, ne, eigentlich. Naja, was heißt gut verschieben? Eigentlich überhaupt nicht gut. Ne. Ne, ne, ne. Man hat echt keinen Spielraum, ey. Das ist echt doof. Ne, das ist natürlich auch doof. So, dann gehen wir erstmal echt gucken. Nach dem roten Ding. Nach dem roten Fragment der Kraft des Triforce. Und ich bin gleich tot, Alter. Ich glaube, das war sogar der einzige Zwischenboss, den es hier gab. Wie soll ich hier erinnern? Mich sehr schlecht. Also ich wusste, dass es den gibt. Aber. Uah. Achso, Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Warte, ich spüre eine heilige Kraft in diesem Raum. Nein. Da. Baben. Okay, sieht ja alles machbar aus, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass du die heilige Kraft erreichen kannst, wenn du die Lava überkürst, liegt bei 60%. Halte an deinen Willen fest und schreit der Vorangebieter. Bei 60% denn, ey. Was? Und ich glaube, die Schwachsinn immer, ey. Da ist schon so normale Fee drin, ne? Wäre schon geil. Nö. Lieber Erdnüsse. Dekunatz. Naja, gut. Ne. Hm. Was soll ich gerade sagen? Ach, egal. So, ich muss halt bloß aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. So, ich bin jetzt schon ein Rückweg. Okay. Bam, bam. Schauen wir mal nach. Warte mal, ist das Ding hier wieder verstopft? Ob ich den irgendwie wieder erst freibobben muss? Ne, ne? Sieht nicht so aus. Okay. So, na dann machen wir wieder eine schöne Bootsfahrt. So. Ups. Nein, wegstecken. Hopp. Ja. Let's go. Tschüss. Oh, tschüss. Na, wer will nochmal? Oh, unsere Kumpel sind gar nicht gestorben. Na, ich gucke nochmal hingucken. Dummes Federmäuse, ey. Dumm. So, dumm, Mann. Dumm, mal gesagt. Okay. Hm. So, wartet mal. Dann muss ich da kurz mal ein bisschen Pfeil im Bogen. Oh. Hör mir voll ausgekotzt. Ach so, warte nicht so, dass ich mich irgendwo jetzt hier beeilen muss und rüber springe. Mann. Zentrieren, bitte. Oder ich muss jetzt gleich rüber springen. Aber erst noch warten, ne? Ist ja klar. Weil sonst fette Ding, ne, hier vorbei. Nein. Nein. So, fette an sich auch schön langsam hier. Alles, kein Problem. So. Und. Jawohl. Geschafft. Oh Gott, geht das jetzt wieder zu? Ja, okay. Das muss da oben. Abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, kann man hier wirklich die Triforce-Fragmente beliebiger Reihenfolge machen? Oder ist das jetzt quasi so, wie ich das jetzt mache? So ist das eigentlich immer. Also, oder der eigentliche Weg, der intuitivste Weg. Oder kann man echt sagen, nö, ich will die Fragmentkraft erst zum Schluss einsammeln? So, ich will sagen, warte, warte, ein timebasierter Schalter? Ne, ne? Krieg hat ein bisschen Angst. Wenn ich so ein bisschen oder das Ding durchfahren muss. Okay. Okay. Warte ich sogar so, dass die Fragmente mich wieder aufheilen? Einmal? So komplett? Das wäre schön. Das wäre so schön, Leute, aber ich glaube nicht. So, das Taxi bald mal hier angekommen hier. So, dann kann ich wieder schön Abkürzung machen. Okay. So. Nice. So, dann fahren wir einfach gemütlich weiter, Boot. Boot fahren vor allen Dingen. So, komm. Komm. Die, die, die. Hat die euren Fledermäuse? Hat die die schon jetzt abballern hier? Was soll denn das, Mann? Oh Gott, sind die auch noch so eine Fledermäuse. Ups. Oh, Quill. Na. Oh, Quill. Sind die irgendwie doof, dass die mich irgendwie verfluchen oder so? Nö, anscheinend nicht. Anscheinend easy, easy, Fledermäuse. So. Okay, sind die hier wieder? Oh Gott, hätte ich jetzt früher abballern müssen oder was? Oh, oh. Ah, nee, okay, ist doch hier. Gut. Zum Drüberspringen geeignet. Alles klar. Äh. Aber anscheinend war es falsch. Äh. Okay, der muss da erstmal das Ding wieder fließen. Alles klar. So, ich bin tot. Gut, nee. Ach, wie mache ich das denn jetzt? Wartet mal. Kurz mal hier rüber gucken. Äh. Das war, glaube ich, ich nehme einfach schon mal den Käfer. Dann fliege ich hier mal eine kleine Runde. Äh. Njuuu. Ist das über dem Ding hier ein Schalter? Nee. Bam, bam, bam. Äh. Das ist erstmal ein Hunni. Der hat gleich abgelenkt so voll. Oh, Hunni. Warte, wenn ich hier lang fliege. Wow. Das ist ein bisschen besser. Wuuu. Da sieht man auch eine große Kugel, weil ich schon mal sehen kann. Mh. Aha. So, das kann man einfach schon mal anmachen, ne? Flunk. Oh, gut. Alles klar. So, und. Und da ist dafür jetzt alle. Okay. Oh Gott, muss ich auch noch richtig doof rüberspringen. So, ey. Ist mehr jetzt, wenn wir den Hunni hier haben. Yeah. Alter, 100, um ihn einfach so. Reingecached. So. Boins. So. Okay. Hups. Let's go. So, mit Enterhaken weiter. Ich will nicht mehr noch mehr Pfeile verballern. So. Ich muss ihn mit einverlassen, aber auf dem Inden-Ding kann ich ja so lange stehen, wie ich möchte. Und kann dann ganz in Ruhe wieder... ...äh, das Ding aktivieren. Aber das ist ja, glaube ich, wirklich ein bisschen zeitbasierend, ne? Wie war denn das nochmal? Ich hab den da nie richtig komplett ausgereizt. Wenn das Ding an die Wand anschlägt, geht das dann sofort unter. Dann dauert es mal mehr an, weil er das untergeht. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. So, jetzt nicht in Bewegung. Hups. Danke, Mann. So. Einfach mal umgucken. Was ist zum Beispiel hier oben drauf? Kein Plan. Den-du-bam. So, krieg ich jetzt nicht schon wieder das eigentlich deaktivieren? Wenn ich mal kurz gucke. Äh. So. Oder fließe ich jetzt nicht mehr weiter. Zu früh, nach dem Motto. Ne, oder ich bin doch schon auf einer neuen Spur. Ne, es war zu früh, es war zu früh, es war zu früh, es war zu früh. Es war viel zu früh. Ja, guck mal, was passiert. Kommt es wieder hoch jetzt? Ne, war... Da wollte man mal ein bisschen verkürzt da die ganze Sache angehen, ne? Kannst du voll vergessen. Das Spiel lässt hier keine kreativen Möglichkeiten. Dass ich das immer noch nicht geschnallt habe, ne? Das Spiel ist eines der... Ne, es ist das linearste Zelda überhaupt. Ne? Auch ein großer Kritikpunkt damals gewesen. Es ist halt echt ultra, unfassbar linear. So, ne, ich sterbe hier bald. Ich hab aber noch, äh... Hab gar nichts mehr. Ja, dann komm, den genehmigen wir mal schnell ein. So. Wird später sowieso alles nochmal neu geholt hier. Warum nicht, ne? Vor allem, ich glaube, ich hab ja... Ich hab mal geguckt und ich glaube, ich hab jetzt sowieso alles Nötige. Ich muss nur bloß nochmal drei Schmetterlinge fangen. Dann kann ich mir immer wieder diese krassen Tränke braun lassen. Das hab ich auch vor, Leute. So. Okay, jetzt mal ganz in Ruhe. Wenn ich da auf dem sicheren anderen Steinfeld bin, dann kann ich ja gern wieder loslegen. Genau, dann kann ich das schnell machen. Und dann die andere Dings... Ja, ja, ist ja klar. Wie gesagt. Sehr... Li... Ja. Bom, bom, bom. Weil das das Ding gleich untergeht. Irgendwie auch voll gemein. Man sollte dann einfach stehen bleiben. Vor allem. Oh, das geht nicht weiter. Da musst du was anderes machen. Nee, geht gleich unter. Tot. Nochmal von vorne. Lach, ja. Alter, ich hoffe, ich krieg die Belohnung. Und wehe. Werde, fuck man, hätte mich wieder voll geheilt. Und ich hab umsonst jetzt so einen Trannen verschwendet. Dann rast dich so aus. So. Hier, BKW sagt, safe. Dann also... Was ist das da unten für eine Tür? Nein, da ist ja irgendwo noch ein Land. Da ist unten für eine Tür da oben. Ups. Okay. So, genau. Und jetzt halt. Muss ich eigentlich auch kurz warten. Ach, warte, dann wird Mike auch wieder mit einem schnelleren Ding. Sobald das Ding nach oben geht, muss ich das Ding anvisieren. Weil dauert eine Weile, Edith. Sich manifestiert. So. Nein. So, manifestiert. Ich hoffe. Okay. Ach, er fährt sogar erst los, wenn ich mich raufstelle, oder wie? Naja, gut. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Oh Gott, nicht wieder so ein scheiß Vieh. Na, guck mal her. Ups. Oh. So, alles klar. Ey, das darf nicht wahr sein. Ey, jetzt verarsch ich mich hier. Oh, ey, ich wollte schon sagen, Alter. Schnell, Link. Link. Äh, was, was ist denn das hier? Wie, 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 wie geteased. So, ich so, na, du schaffst es noch, schaffst es noch? Nein, du schaffst es nicht mehr. Jetzt häng ich hier fest. Äh. Total toll, oder? Mann, das ist doch so eine stelle hier. Was soll denn das? Äh. Naja. Gluck, 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 gluck. Da unten geht es unter. So, egal. Hier warten. Boah, ich muss hier wirklich wieder rausfinden. Ey, aber hier, es müsste keinen Boss hier geben. Außer diesen komischen König da. Den Roboter-König. Keine Ahnung, was der hier macht. Keine Ahnung, ob es für den irgendeine Historie hebt oder so. Ich weiß nur eines, dass Link doof springt. Und er keine kleinen Sprünge zulässt. Außer so. Okay. So, mein Freund da hinten. So. Muss ich hier wieder aufpassen? Wo wollen die, dass ich hinspringe? Oh Gott. Ach, ja, ist klar. Na, ob das jetzt so wieder geklappt? Ich hoffe. Link, halte ich da bloß fest, Alter. So. Eine Fresse. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast das Wappen erreicht. Stoße dein Schwert in das Wappen und du wirst zum Triforce geführt. Ach nee, wartet mal. Wartet nicht, oder? Oh nee, wartet mal. Jetzt kommen mir gerade nochmal richtig komische Gedanken. War das nicht auch voll dumm? Äh. Ich muss halt leider nochmal gucken. Wartet mal. Erstmal geh ich nochmal hier kurz hoch. Und guck dir an. Weil hier oben ist ja so ein kurzer Weg. Oh, das ist einfach nur ein Rückweg. Das, äh. Ah nee, wir wollen schon abgucken hier. Warum denn nicht, ne? So. Ja. Genau. Muss ich den ganzen Quatsch nicht mehr machen. Okay, gut. Ja, genau. Jetzt sind wir hier. Alles klar. Ja, okay. Warte mal. War das nicht irgendwie nochmal so eine komische, so eine komische Quest von den Trifors? Das war aber jetzt nicht irgendwie... Oh Gott. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich schaue einfach mal. So. Und let's go. Ja, das war doch irgendwie ganz komisch. Was war denn nochmal? War das nicht irgendwie... Okay, nein. Alles gut soweit. Alles gut. Guckt euch das an, Leute. Das Fragment der Kraft. Und es führt einen echt wieder auf. Verdammt. Du hast das Trifor aus der Kraft erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammel die dreierter Fakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt. Die dir jeden noch so großen Wunsch gewährt. Sehr schön. Sammel zwei weitere Fakte, um das Trifor zu vervollständigen. Mach ich. Mach ich. Sehr schön. Und an sich ja, das... Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt, wir müssen nochmal die Bosse besiegen oder so. Keine Ahnung, hab ich nicht wieso. Irgendwärts geht gerade echt hier da. Aber nein. Nein, nein. So. Nun gut. Aber hier ist ja zu. Hier ist ja dicht. Okay, dann muss ich jetzt mal wieder ein bisschen... Ja, eigentlich wieder rumschieben. Oh Gott, ey. Bei den ganzen Abkürzungen hier bin ich da recht zufrieden. Ich bin doch recht zufrieden damit. So, hier kann ich aber nicht schieben. Ist hier nicht irgendwo so ein Block? Nö. Also, muss ich erstmal zurück. Nö. Also, ich würde gerne in den ganzen normalen Weg wieder zurückgehen, so wie ich das vorher hatte. Dass ich mir schön da den Weg wieder zurechtschiebe. Hier am Anfang. So, lass das doch mal hier... Lass doch mal kurz die Karte wieder, ne. Einmal schon vergleichen. Ups. So, das hier ist erledigt. Und es fehlt an sich bloß noch ein Raum. Ja, und das hier könnte ich ja jetzt kriegen. Oh Gott, guck mal hier. Da muss man... Oh Gott, hier sind auch nochmal... Hier sind auch nochmal Bosskämpfe. Guck mal, da sieht man doch so zwei fette Räume. Na toll. Ach ja, na klar, jetzt sind noch Bosskämpfe. Aber ja, ich... Ja, ich vergaß. So, das ist erledigt. Leuchtet auch nicht mehr blau. Ja, das ist aber irgendwie doof. Ich kann ja hier echt schlecht die Dinger hin und her schieben. Das ist hier unten. So, jetzt bin ich wieder hier. Und wenn ich denn hier bin, dann könnte ich hier so hin. Und dann bin ich wieder hier. Ich kann in den Kreis laufen. Yeah, ich hab's geschafft. Ich kann in den Kreis laufen. Ich glaube, hier ist aber auch noch so ein komischer Block, ne. Zum Drehen. Oder wo war jetzt noch ein Block zum Drehen? Ach hier, genau, hier bei mir. Okay, okay, alles klar. So ist doch schon mal nicht schlecht. Schön, wieder zum Anfang. Oh Mann, Leute. Hier werde ich mir noch graue Haare wachsen lassen. Ey, das gibt's einfach nicht. So. Rums. Also, ich bin jetzt hier. Ich würde sehr gerne. Na, du bist doch jetzt aber klappen, oder? Ich würde sehr gerne zu dem. Also, ich könnte jetzt hier zu dem Blauen hin. Dann machen wir das erst mal so. Hier war es schön zu dem Blauen. Warte, warte, warte. So, keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Auf jeden Fall kann ich hier nochmal schön speichern. Ich glaube, das war sogar echt so, dass man das Mut als allerletztes machen muss. Ich glaube, das ist kein Zufall. Oh, shit. So. Okay, warte nun. Bitte, Siegebieter. Hm? Nairus Feld. Dieser, dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Nairu. Ich spüre die Macht des Trifors, die davon ausgeht. Der Weg dorthin scheint jedoch versperrt zu sein. Oh mein Gott, du musst wieder so ein Zeitding machen. Aber das macht dir ja Freude. Lenke deinen Blick in diese Richtung. Dort findet sich eine Kugel der Zeit. Nutze die Kugel der Zeit, um den Weg zum Wappen zu öffnen. So, das war jetzt aber Trick diesmal kein Kristall, sondern halt echt eine Kugel. die ein bisschen anders funktionieren will. Tatsächlich. Wieder so ein olles Ding da hinten, ey. Mann, ey. Alles wieder hier so komisch. Mit irgendwelchen Türen, die auf sein müssen und so was alles. Ja, okay. So. Schauen wir mal. Ah, doch, ist wieder so ein Ding, als Kleid. Das ist halt echt... Hups. Das ist halt schon geil, irgendwie. Das denn hier, dass man hier so... ...so rüber rennt. Ja, und jetzt? Komm mal, ich hab da die Fee down. Komm mal her. Ey! Mann! Höh! Was zum... Oh, ey. Die Steuerung manchmal. Es tut mir leid. Ich sag das immer noch, dass das keine gute Idee war. Nein, das kommt schon her, ihr scheiß Dinger. Der ist... ...aus der Luftgegner. So. Und let's go. Okay. So, was wollen die jetzt hier? Weil... ...sterb. Oh Gott. Ach ja, genau. Hier war ja auch noch sowas. Die müssen wir ja irgendwo... ...am besten halt von hier schießen. Ist da jetzt überhaupt was? Ist da jetzt was dahinter? Nö. Ist da gar nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut. Wollen wir mal weiter? Mal schön alles angucken, ne? Äh. Du, 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 du. Ja, was soll ich denn hier nochmal machen? Keine, wenn man die Viecher ja alles töten. Die auch nerven. Die nerven doch einfach nur jeden. So, du kommst auch noch her. So, komm her. Zack. Und, boink. Und, boink. Von mir geklatscht. Oh, oh, ein Herz. Das ist nett. So, ähm. Mit dem Dings ranheigen wird nischt. Aber gut, Leute, ich würde sagen, allgemein, ähm. Der Part ist ja wieder vorbei. Warte mal, hier holen wir einfach noch was. Wieso kommt man da hoch, ne? Warte mal, hier schön die... ...Dings hier irgendwie verfolgen geht nicht. Wui. Wui. Ich komme ja nur hier hoch. Okay, Leute, machen wir uns beim nächsten Mal Gedanken drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh. Ich auf mein Ball bleib hier. Und sind beim nächsten Mal wieder vor Ort. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.